Ja moin zusammen, super, dass ihr auf Donnerstag wieder dabei seid. Wechselt Manu Coné noch zu PSG, holt Borussia zum Bundesliga-Auftakt, direkt einen Auswärtssieg beim FC Augsburg und Oskar Fraulo verabschiedet sich in die Niederlande. Und es ist endlich wieder kleiner Freitag, der Bundesliga-Auftakt steht an und da könnt ihr gerne wie immer einen kostenlosen Sabo und einen Daumen für Burschis Borussia da lassen, weil dann freue ich mich am Wochenende doppelt über die Daumen und über den Auswärtssieg unserer Borussia. Und jetzt starten wir rein. Bevor wir zum Spiel- und der Pressekonferenz von heute kommen, sprechen wir kurz über die aktuellen Nachrichten des Tages. Gestern kam von dem französischen Medium rein, dass PSG sehr, sehr stark an unser Manu Coné interessiert sein soll. Da ist wohl auch schon ein Angebot bei Borussia eingegangen. 35 Millionen als Basisablöse, zuzüglich möglicher Boni. Das macht aus meiner Sicht auch Sinn für PSG. Sie haben Renato Sanchez gerade abgegeben. Ich glaube, das ist eine Laie mit Kaufflicht zu AS Rom. Und Manu Coné ist ein ganz, ganz ähnlicher Spielertyp, auch sehr explosiv wie Renato Sanchez, deutlich jünger. Und PSG möchte sich einfach wieder verstärkt auf französische Talente konzentrieren. Und wer passt da besser als der U21-Nationalmannschaftskapitän von Frankreich? Unser Manu. Ja, Wirkus hat eigentlich schon alles gesagt. Manu bleibt, außer es kommt noch ein horrendes Angebot. Und Manu muss es natürlich auch wollen. 35 Millionen finde ich doch dann arg wenig. Ich finde, wir sind in einer sehr, sehr guten Verhandlungsposition. Langfristiger Vertrag. Und ich würde ihm dann, ja, er muss eigentlich dann Rekordtransfer werden von Borussia Mönchengladbach, wenn er in diesem Sommer geht, aus meiner Sicht. Das wären dann über 45 Millionen. 35 Millionen ist eine gute Verhandlungsbasis. Schauen wir mal, was Roland da zaubern kann. Ja, aber ansonsten würde ich ihn auch nicht abgeben. Klar, manche wollen mehr, weil dann kommen immer die Beispiele aus England. Ja, Caicedo 120 Millionen, Declan Rice auch so um den Dreh. Das ist aber auch so, dass in der Premier League das Doppelte für einen Premier League-Spieler bezahlt wird. In der Bundesliga wird tendenziell weniger bezahlt für einen Bundesliga-Spieler. Ich glaube, damit müssen wir leben. Wenn es über 45 Millionen wird, glaube ich, wird auch Borussia schwach werden. Das ist dann einfach eine Summe, wo man sagen muss, okay, damit können wir uns ein finanzielles Polster machen und wahrscheinlich noch zwei, drei Transfers realisieren. Für PSG macht es Sinn, aber die Summe muss halt für uns auch stimmen. Und da bleibt es abzuwarten. Spannend ist, bei der Pressekonferenz hat dann auch Seohane noch gesagt, Kramer und Kone werden frühestens am dritten Spieltag wieder zur Verfügung stehen. Das heißt gegen Bayern München. Das ist der 1. bis 3. September ist das Spieltagswochenende. Wahrscheinlich aber nach der Länderspielpause, sprich am 15. September, Mitte September. Damit ist natürlich mit einem zeitnahen Comeback von Manu Kone zu rechnen. Und klar, ich glaube, dass PSG schon interessiert ist, aber wir sind da in einer sehr, sehr guten Verhandlungsposition. Entweder bleibt bei uns oder es wird unser Rekordtransfer. Ich glaube, das sind die beiden Möglichkeiten. Die Rheinische Post hat jetzt auch schon drüber berichtet. Also da scheint schon was dran zu sein. Ob PSG bereit ist, dann die geforderte Summe zu zahlen. Sie haben durch Neymar ordentlich Geld angenommen. Warten wir es mal ab. Und durch Renato Sanchez durch den Abgang. Zumindest ein bisschen Gehalt dann auch gespart. Und Manu Kone wird jetzt nicht in Sphären von Neymar Gehaltstechnik liegen. Also es bleibt sehr, sehr spannend. Wirkus und Schmattge waren auch nicht bei der PK. Wo es auch spannend bleibt, ist Nico Elwedi. Da hat auch Seohane bei der PK gesagt, es ist nur offen, ob er morgen im Kader steht. Er ist fit, definitiv hat mittrainiert. Aber wir wissen alle, da steht ein Wechsel zu den Wulfs an. Ja, ich glaube eher nicht, dass er im Kader steht. Sonst hätte er aus meiner Sicht Seohane gesagt, ja klar, Nico hat mittrainiert. Steht auch morgen im Kader. Ich glaube eher nicht, dass er mit nach Augsburg fahren wird. Daniel Podenz soll bei den Wulfs vor dem Abschied stehen. Wo man um den Dreh 20 Millionen bekommt. Und damit soll dann Nico Elwedi finanziert werden. Warten wir es mal ab. Der Transfer zieht sich. Ich glaube für alle Parteien. Für uns wäre es natürlich gut, um weitere Transfers tätigen zu gönnen. Für Nico wäre es gut, auch Spielpraxis zu sammeln. Bei uns würde er die wahrscheinlich nicht mehr bekommen. Und ja, es wäre für alle Parteien gut, dass man sich da schnell einigt. Warten wir mal ab, was da im Hintergrund passiert. Vielleicht passiert morgen noch was. Ja, es bleibt sehr, sehr spannend, die Personalie Nico Elwedi. Aus meiner Sicht glaube ich, dass er nicht mit nach Augsburg fahren wird. Und dass es dann doch zeitnahe Lösungen geben wird. Weil das ist einfach auch für Nico kein Zustand. Und das gönne ich ihm auch nicht. Super Typ. Und muss einfach spielen. Ganz klar. Oskar Fraule wird sich zum FC Utrecht, wahrscheinlich zum FC Utrecht verabschieden. So zumindest die Gerüchte. Guter Klub aus den Niederlanden. Es soll wohl auch eine Kaufoption geben. Wie hoch die ist, warten wir es mal ab. Ob die in Bayer Region ist, mag ich mal zu bezweifeln. Weil er ja jetzt auch auf diesem Niveau noch nicht sonderlich viel gezeigt hat. Aber es bleibt spannend. In Utrecht hat er viel Konkurrenz auf seiner Position. In Borstugan, den kennt vielleicht noch ein paar von Schalke. In Boos, Boos heißt der, habe ich mir jetzt mal angeguckt, ist amerikanischer Nationalspieler. Da muss er sich auch erstmal durchsetzen. Also es ist nicht so, dass er da Stammspieler ist direkt. Und ja, aber es wäre natürlich gut, wenn er auf diesem Niveau Stammspieler sein würde und Spielpraxis und Wettkampfherde sammeln würde. Ich gönne ihm wirklich nur das Beste, dass er da eine gute Figur macht. Der Mann ist erst 19 und dann gestärkt zu unserem Borussia zurückkommt. Das hat bei Rocco Reitz ziemlich gut funktioniert. Und das wünsche ich mir bei Oskar natürlich auch. Dass er auf viel, viel mehr Einsätze auf dem Niveau kommt. Und ja, wünsche ich ihm erstmal alles Gute. Ich werde es natürlich vermelden, wenn es dann fix ist. Norris ist nicht fix, genauso noch nicht fix ist ein Backup für Schwanscherer. Wir wissen alle, wir sind da an Jordan interessiert. Flo Plattenberg, der Transferguru von Sky, sagt, wir können uns das nicht leisten. Das will ich jetzt mal nicht sagen, weil plötzlich stand Schwanscherer bei uns auch vor der Tür. Ich wüsste auch nicht, warum, weil wir haben mit Zakaria ein bisschen Geld eingenommen. Die Leihoption soll bei 2 Millionen liegen, plus 4 Millionen dann Kaufoption. Warten wir mal ab. Vielleicht ist er dann doch Anfang nächster Woche da. Oder es kommt noch ein anderer. Es bleibt spannend auf dem Transfermarkt. Mit Manu Kunee, mit Nico Elwedi, mit Hannes Wolf, wo es auch noch keine Angebote für gibt. Ja, Oskar Fraule zeichnet sich jetzt einen Abschied an. Ich glaube, es wird noch krachen in den nächsten zwei Wochen. Und wo es auch krachen wird, ist in Augsburg. Kommen wir zu unserem Gegner und kurz zur Pressekonferenz. Die Pressekonferenz war sehr kurz und knackig von Seohane, nicht zu ausschweifend. Er beantwortet kurz und knackig die Fragen. Honorar und Omlin sind fit. Wie gesagt, Elwedi wahrscheinlich eher nicht im Kader. Das ist aber nur meine Interpretation von den Aussagen. Neuhaus ist wieder fit. Ob es für 90 Minuten reicht, sei mal dahingestellt. Itakura ist immer eine Variante auf der 6. Schmadtke und Wirkus waren auf jeden Fall nicht da. Das sind so die Highlights der PK gewesen. Aber ich fand es so ein bisschen, als zweite, dritte Frage, den Seohane schon zu fragen, wer wird deutscher Meister. Was juckt mich das? Also was du juckst, das ist doch komplett irre. War eine Frage nach dem System. Welche Formation spielen wir? Ein 3-4-3, ein 4-2-3-1. Wie richten wir vorne rein? Kann er sich ein Gumu und Honorar auf einer Seite vorstellen? Wurde nicht gefragt. Und da wäre ich als Seohane schon gegangen nach der zweiten, dritten Frage. Aber das war die PK. Hat mir gut gefallen ansonsten von den Aussagen von Seohane. Auf jeden Fall. Und das ist unser Gegner, FC Augsburg. Die sind schon ein bisschen geschwächt, auf jeden Fall. Ein bisschen Verletzungspech. Gummi und Pfeiffer sind noch gesperrt. Framberger, Okugawa und Oxford sind verletzt, beziehungsweise krank. Und wenn man sich den Kader anguckt, ist das... Also die haben sich verstärkt mit Pfeiffer, mit Breithaupt, mit Dietz. Alles Zweitligaspieler mit hohem Niveau. Aber die müssen sich auch mal an das Tempo in der Bundesliga gewöhnen. Schwierig im Pokal, ausgeschieden. Verletzungspech. Und ich sage es euch, von der Grundbasisqualität sehe ich uns deutlich, deutlich stärker als Augsburg. Das heißt aber nichts. Ich glaube aber trotzdem, mit dem Finn Dahmen im Tor, der auf dem Niveau jetzt noch nicht konstant gespielt hat, soll ein großes Talent sein, ist aber auch schon Mitte 20. Ich glaube, da sollte man den einen oder anderen Ball mal draufjagen, um ihn zu prüfen, wie sicher er ist. Ja, in der Abwehr haben sie schon größere Probleme, Augsburg aktuell, auch bedingt durch die Verletzungsausfälle von Oxford, von Pfeiffer, vom Gummi, von Framberger fällt da einiges aus. Und das könnte unsere Offensive ganz klar an die Karten spielen. Breithaupt neu dabei, mit Durch. Durch halte ich für einen Riesenspieler eigentlich. Viel Verletzungspech immer gehabt, genauso wie wir Vargas. Und Demirovic, Michel kennen wir noch. Ja, da kommt eine gute Mannschaft auf uns zu, aber ich bin weit davon entfernt, die stärker zu reden, als sie wirklich sind. Also wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen, zweikampfstark sind, genaues Passspiel haben, Tempo ins Spiel bringen können, die Jungs ans Laufen zu bekommen und dann in die gefährlichen Zonen zu kommen, mit Ingumu, mit Plea, mit Schwanscherer, dann sehe ich uns stärker aufgestellt und dann ziehen wir auch den Sieg. Und meine Ausstellung gegen den FC Augsburg ist wie folgt. Omlin im Tor, Wöber, Itakura und Friedrich Billen, die Innenverteidigung, ich spiele in 3-4-3. Auf der Doppel-6, Weigl, Neuhaus dann auf der 8, Netz links, Honorar rechts, Ingumu mit Honorar auf einer Seite, Plea im linken Halbraum und Schwanscherer in der Spitze. Ich glaube die zwei, ich glaube nicht, dass wir im 4-2-3 spielen, ich weiß es aber, kann natürlich auch sein. Viele würden wahrscheinlich für Friedrich Skelly stellen. Wenn du Skelly stellen würdest, wärst du natürlich sehr, sehr flexibel. Luca Netz könnte eine Position zurückrücken und Skelly nach rechts außen, dann hättest du schon schnell das 4-2-3-1 gebaut. Aber ich glaube mit Friedrich haben wir nochmal Kopfballstärke bei Standards gegen uns und für uns, ganz klar. Und das ist aus meiner Sicht aktuell die stärkste Ausstellung. Klar, man könnte überlegen, Luca Netz vielleicht rauszunehmen, Robin Hack reinzustellen. Der hat das auch schon mal gespielt bei Bielefeld, den linken Verteidiger, ist ja in dem Sinne auch kein linker Verteidiger, ist eher Schienenspieler mit Honorar. Und mit Honorar und Ingumu kriegen wir auf jeden Fall eine Menge Tempo, eine Menge Tempo ins Spiel. Ich glaube, Plea im Halbraum ist unheimlich gefährlich, wenn er einen guten Tag hat. Und Schwanscherer muss dann die Wunen machen. Und das ist meine Ausstellung, schreibt mal gerne eure Ausstellung in die Kommentare. Und jetzt ist es wieder soweit. Burschi tippt den ersten Spieltag. Morgen geht es los. Ich glaube, bei Bremen schwierig schon aktuell im Pokal raus. Wirklich, die Defensive ist sehr unstabil. Ich glaube, in der Mannschaft stimmst du auch nicht. Ich glaube, da wird ein klares 3-0 für Bayern rausspringen. Leverkusen und Leipzig sind natürlich sportlich schon ein Kracher. Ich sehe Leverkusen schon ziemlich stark aufgestellt. Ich könnte mir vorstellen, auch wenn Leipzig gegen Bayern gewonnen hat, dass Leverkusen das knapp zu Hause zieht. Heidenheim wird für eine Überraschung sorgen. Tim Kleindienst wird sein erstes Tor machen. Und die holen direkt einen Punkt in Wolfsburg. Hoffenheim gegen Freiburg. Sehe ich Freiburg leicht im Vorteil mit 2-1. Jetzt unsere Borussia gegen Augsburg. Ich glaube, dass wir sie nicht wegknallen werden. Dafür ist es noch zu früh. Ich glaube aber an den Auswärtssieg. Ich wünsche mir einfach nochmal einen Sieg, wo die Emotionen komplett durchgehen. Wo wir eigentlich ein sehr gutes Spiel machen. Bis zum 85. kein Tor schießen. Und dann mit einem Lucky Punch durch Alassane Player das Ding 1-0 für uns nach Hause fahren. Und damit wäre ich absolut zufrieden. Dann kannst du in die nächsten beiden Spiele Leverkusen und Bayern relativ locker reingehen, weil du drei Punkte auf der Haben-Seite hast. Dann fährst du nach Darmstadt und kannst dann zu Hause RB empfangen. Und gucken wir mal, was dann in den ersten drei Heimspielen geht. Vielleicht können wir in den Überraschungssieg landen. Mal ein Pünktchen holen. Und dann stehen wir ziemlich gut da. Und vielleicht werden wir auch dieses Jahr die Auswärts fuhren. Warten wir es mal ab. Stuttgart gegen VfL Bochum. Bochum sieht diese Saison wirklich schwach. Ich glaube, das zieht Stuttgart 2-0. Dortmund wird unserem Rivalen keine Chance lassen. Union gegen Mainz. Ich glaube, dass Union das Ding knapp gewinnt. Und Frankfurt gegen Darmstadt. Ich glaube, bei Darmstadt fehlt die Qualität. Da gehe ich auf ein 4-1. Noch ist auch Frankfurt sehr, sehr gut aufgestellt vorne drin. Deswegen glaube ich, dass das einen deutlichen Sieg wird. Das sind meine Tipps zum Wochenende. Und absolut, wo wir schon beim Thema Tipps sind, jetzt ist die letzte Chance, an meinem Tippspiel teilzunehmen. Wir sind schon über 1.000 Leute. Es gibt Preise zur Herbstmeisterschaft zum Ende der Saison. Fohlen-Gutscheine von meinem Partner. Trikots zu gewinnen. Link ist unten drin. Wenn ihr teilnehmen wollt, letzte Chance. Auch daran denken, bis morgen Abend zu tippen. Wer zu spät kommt, da wird dann nicht, du hast es viel zu spät gesagt. Dann ist Pech gehabt. Jetzt könnt ihr euch noch anmelden und direkt tippen. Und wenn ihr euch noch mit 2.200 Borussen unterhalten wollt, mittlerweile wirklich der absolute Wahnsinn dieser Discord. mit Bildern, mit Transfer-News, mit allem Möglichen, was es gibt. Jetzt gibt es hier schon neue News. Borussia Mönchengladbach interessiert an, wer ist denn das? Renato Wehger. Ich glaube, der ist von, weiß ich gerade gar nicht, wovon der ist. Das wird dann wahrscheinlich in der nächsten Folge kommen. Dafür war ich zu spät dran. Aber jetzt habt ihr den Renaten schon mal gehört. Der Link zum Discord ist genauso wie der Link zum Tippspiel unten drin. Und jetzt wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Weil morgen werde ich eine Pause einlegen, wahrscheinlich. Und wir holen den Auswärtssieg am Samstag gemeinsam im Stream. Und jetzt macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia, Raute ist, was hier zählt. Das ist kein Check voller Leidenschaft für den besten Verein der Welt. Borussia ist Borussia, Raute ist, was hier zählt. Alle Neuigkeiten über den besten Verein der Welt. Borussia, Raute ist, was hier zählt.